was für eine frage ist das denn bitte ja weil bist du verrückt aber die kämen mit hochqualitativen menschen genau gut jetzt stellen sie sich bitte zu ihrer reihe tupac bist du das ist eine schau wobei man hört sich ja ja willkommen bei der us-army-show wie sie vermutlich wissen gab es gestern einen schlimmen krieg und gott sei dank hat die us-army beziehungsweise amerika diesen krieg gewonnen heute werden wir ihnen die pfe beziehungsweise die air force vorstellen und auch unsere infanterie die fahrzeuge der us-army sehen sie hier rechts sind schon alle aufgereiht wir werden ihnen heute auch die fahrzeuge der jungs können wir kommen also die leute die ihre fahrzeuge genutzt haben um die stadt anzugreifen als erstes ein applaus wo war die air force gestern wo war die air force gestern wo war die air force gestern der gasten erst recht wegen euch wurde ich habe die kuban haben uns gefickt mann wo wart ihr wo wart ihr die fahrzeuge der feinde der feinde mann bis hat das erst gezeigt mann wo ist es gesehen Hey! Barmanach! Sess dich jetzt in halb deiner Fresse! Oh, Osman AB! Schernoburg in, KW! Horst man aber die Ruhe! Der hat mir meine Handschuhe nicht rausholen können. F*** ich dich und deine Handschuhe haben wir noch, Alter! Horst man!